Barcelona gegen die EU. Sorry, dass wir da jetzt so rausgerissen sind, aber Eskalation pur. Schau, dafür spiele ich einen schönen rosen Dressen. Vielen Dank. Schau gewann die ersten zwei Spiele. Tottenham gegen den Argenalen. Barca verlor gegen Rapid und gegen Dortmund. Knapp 2 zu 1 und 1 zu 0. Ja, Leo stark, noch kein Gegentreffer kassiert. Und zwar das Spiel. Ciao. Ciao. Und ich habe es so gemacht. Meinst du mich gestern? Nein. Nein. Doch, danke. Das verstehe ich manchmal nicht. Manchmal drücke ich einfach so wenig rüber. Ich habe jetzt den Stick rüber gedrückt und er schießt gerade. Ich habe es so gemacht. Leute, nehm ihn. Das verstehe ich nicht, wieso die so offen sind leider. Dombelle, mit seinem Erfnis, so ein bisschen zu dir. Mit dem 28, Dombelle. Mit dem 28, Dombelle. Mit dem 28, Dombelle. Mit dem 28, Dombelle. Untertitelung. BR 2018 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Warum hat er jetzt einen Haken gemacht? Wo wollte er hingehen? Er wollte das andere Tor schießen, oder? Weißt du, warum er einen Haken gemacht hat? Keine Ahnung. Weil er es kam. Vom Tor... Wo war's schon? Wo ging's denn hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Einen Wechsel machen wir. Vielen Dank. Was soll das für ein Kung-Fu-Drehter da? I wanna be a Kung-Fu-Fighting. Das war jetzt nicht Dü-Baller, sondern das war No-Baller. Was soll das? Was soll das für ein Kung-Fu-Drehter? 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 Ja, auf jeden Fall das erste Gegend war jetzt für Rio. Das war die Antwort. Das war Spieler 4. Das sehe ich gar nicht. Spieler 2. Das war die Zukunftslegende. Warf ich mir dann? Warf ich mir dann? Das wäre ja mal krass, wenn man ein Team hat, nur mit Legenden, Alter. Alle richtigen Spieler rausgehauen, wenn man noch Legenden hat. Na ja, da warst du ja nicht so, das ist ja fast 2, aber bei XW haben wir 5. Nein. Ja, da scheitert es an der Chance aus weiter, gewaltig. Die Bombe ist... Geht aber sein Punkt zumindest. Okay, boah! zeigt, dass du ein richtiger Schalker bist. Das ist ein Foto. Das ist ein Foto. ist das für ein spieler mit wie viel auf buchstaller neuer spieler mit die fe Sehr gut. Na gut, das war's mit der 3.6. Ausgabe der Metze Champions League. Wie es weitergeht, seht ihr das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen, macht's es gut. Ciao und baba.